Mauli lief vor seiner U-Bahn hin und her und dachte, wo kriege ich bloß essen her? Denn er hatte sehr sehr großen Hunger auf Regenwürmer. Da kam er und fragte Mauli, ob er die Regen für mehr aus seinem Pool essen kann. Mauli sagte, ich habe einen riesigen Hunger. Die beiden führen gleich mit der U-Bahn zu Edgar und Mauli fragte einen Regenwürmer aus Edgars Pool. Edgar half Mauli, die U-Bahn aufzubauen. Mauli war sehr dankbar. Mauli versprach Edgar eine kostenlose Rundfahrt. Bis zum nächsten Mal.